moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal wir spielen eine runde mario maker 2 und zwar mit levels von den leuten die aus deutschland kommen ich versuche nur deutsche levels zu finden ich habe dafür eine detailsuche man nur man kann nicht deutschland einstellen man kann einstellen europa bzw meine region das habe ich mal gemacht und jetzt werden wir mal suchen was das gibt also noch beliebtheit ist eingestellt immerhin hier table tennis ist gut wo man den ersten deutschen hier oben hier rätsel thema carmex transformation kurs oder fluch gut das machen wir einfach mal schauen wir mal rein carmex swapt your body with monties reach the goal to break das will probieren wir mal ja eigentlich bin ich an der sommerpause aber heute ist ein tag bei uns regnet und ich dachte mir so mache ich doch etwas mit ist hier so was machen ja ok Zurück Ah ok, ach so ok ok Klever clever Warte mal Hallo Oh Oh hier Ok ok du hast du durfte ich zurück zurück sehen ja oben leider nicht weiß ich nicht genau wie ich da hochkomme jetzt war jetzt zurück 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 also behindert es gibt doch gar nicht hier drüben nein das ist echt gar nicht so gar nicht so leicht oder mal jetzt war perfekt in der richtung kurz davor eingelaufen aber lustig gemacht ist es zu geben also mal das ganze noch mal so schwer ich habe so was nicht gedacht vielleicht doch na gut erstes level geschafft ich kann es gar nicht bewerten weil ich fand es nicht so ein highlight muss ich sagen trotzdem lea 96 all righty then na gut wahnsinns idee also jetzt übertreibt man die leute ok so wie immer runter nächster deutscher super metroid mario von tuko rätsel thema dass man mal ich will mal einen run haben ist ja auch irgendwie true friendship von joni rätsel ach komm ich bin mal irgendwas mit laufen haben hier trickshot tower auch ein rätsel toxic teamwork auch rätsel ja ich hätte auch rätsel ausschlenken wenn ich wollte gegen die zeit gegen die zeit ist doch gut los so auch hier die kommt gleich mit einem her alter schwede ist nicht schnell oder nicht ok weiß was noch nicht zukommt also müssen gleich nach rechts laufen glaube ich los geht's nein wenn ich springen soll nicht springen soll julian julian du kleiner rocker los ok ok etwas anspruchsvoll vielleicht gibt es noch einen zwischenstopp irgendwo das hat aber gut gebaut der junge mann akku das flagge sehr gut oh 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 alter schwede oh ei 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 alter julian alter falter nicht schlecht das ding nicht schlecht das ding so schöne zeit wahrscheinlich 42 sekunden 41 049 ist der welt rekord so gut so kumba fight club gut gut juli super mario mini golf nein minigolf mario goes golfen arrows help accessing when to throw ok schauen wir uns das mal an so ok 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 gut gut warte nein zu früh nein zu früh zu spät ah da muss echt getimed sein lustige idee auf jeden fall das auf oct warte was sie zum Oh. Nein. Okay, jetzt weiß ich, wann ich's nehmen muss. Oh, warte. Okay. Dritte Runde. Ja, lustig gemacht mit den Zahlen da links. Seht ihr das? Fällt mir jetzt erst auf. Okay. Aber da. Wenn man da gerade runter geht. Ne, muss man schon früh nehmen. Okay. Oh, was ist das? Ah. Jetzt weiß ich aber, wann glaub ich. Äh, ich weiß nicht genau, wann er war. Boah. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. First Try. Durchgang. Okay. Wie viel Level hat das Ding? Nummer 5. Das war echt, ähm, das war wirklich easy, alle. Gebe ich zu. Ah, hier schon die Elf erreicht. Das Timing, ne? Das Timing ist echt wichtig hier, aber... Oh, das war aber echt knapp, oder? Oh, viel zu früh. Warte mal. Das kann ich so werden. Oh, das fehlt so ein Millimeter, ne? Ein Millimeter-Filter. Oh, guck mal her. Nein, ich höre später, 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 später. Oh, nee. Sehr gut. Sehr gut. Oh, letztes. Okay. Ah, das Timing sitzen hier, ne? Das war ziemlich cool, oder? Jetzt mal wieder die Punkte da. Äh? Okay. Das ist ein Highlight. Aber okay. Cool gemacht, irgendwie. Aber witzige Idee auf jeden Fall. Not bad, not bad. Fand ich ganz gut. Hat er 45 Sekunden aus einer geschafft. Und ich, alter, nicht in vier Minuten. Na gut. So ist das, ne? Man kann nicht alles auf einmal schaffen. Zelda Deku Tree. Na ja, war noch nicht. Mario the Gladiator. I.M. Elias, was heißt denn immer I.M.? Können wir jetzt jemanden aufklären? Ich bin nicht so freaky hier drin, gerade. So, 20 Second Run Power, ne? Super Metroid Brothers, ne? Inside the Giant Tree. Ich mache ja nur Deutsche, also von daher. Inside the Giant Tree, ne? Automatisch Level. Aller Mensch, ich finde ich immer so ein bisschen langweilig, weil man ja nichts machen kann. Man guckt sich das nur an und guckt den anderen zu, wie der, oder guckt zu, wie das Ding automatisch in die Gegend läuft. Ja, alle Zelda-Fans hier. Tanuki in the Sky World. Klassisch, das machen wir mal. Klassisch ist immer gut. Schauen wir doch mal, schauen wir doch mal. Tanuki in the Sky World. Oh, ja, schon mal, das müssen wir jetzt kommen, oder? Tuba! Oh, nein! Ach, das war dumm, aber egal. Ah, was mache ich denn da? Achtung. Ach, deswegen, okay. Haha, ich habe mir klar, voll gegen den Deck gehüpft. Na gut. Nochmal. Oh, schön verlorenes Teil. War schon viele Münzen hier, ne? War schon mal, war schon mal. Die brauche ich ja mal. So, super schwierig. Okay, dann gucken wir mal, ob es super schwierig ist. Kann ich noch nicht entscheiden. Was mache ich denn? Da wollte ich gar nicht wundern. Ich dachte, der P schon voll hat. Hatte ich noch gar nicht. So. Das war. Die Leute. Das wird immer schlechter hier. Boah, einmal sind wir schnell durchgegangen. Ach, Mann. Ich habe gleich die Stelle wieder. Was ist denn das? Ich bin dumm. Das ist schon schwierig, aber es ist nicht so schlecht. Aber wahrscheinlich bin ich einfach nur so schlecht, Leute. Ich bin einfach mega da. Ups. Ich glaube, ich will draufgehen. Oh, Mann. Das ist blöd. Ich finde ich da. So. Okay. 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 Guck mal. Ich hoffe längs. Komm mal. Das ist geil. Die brauchen wir ja nicht mehr, oder? Oh, das ist ganz nett gemacht auf jeden Fall. Das ist geil. Zeig. Naut. Alter, meinst du mir jetzt immer satt. Zack. Okay. Ja, ganz nett. Auf jeden Fall ganz nett. Toll. So. Was deutsches noch hier? Ich will kein Residen. Nur mal ein normales. Kurz und knackig. Mit hoher Storm, Mario Geltz. Nightmare Castle, kurz und knackig. Machen wir mal Let's Play Marcos, YouTuber. Let's Play Marcos kenne ich doch. Guck mal rein da, oder? Let's Play Marcos. Wo muss ich mich auch so nennen? Let's Play. Schanzen, oder? Ich nehm mich nur der Schanzen YouTuber, oder? Dann wisst ihr alle, wer das ist. Bin grad dabei ein Level zu machen, aber... Ach, das ist so. Kann immer wieder. Na Marcos, du hast Spaß am Schwachsinn. Hehehe. Cooles, wenn man kannst du meine... Oh. Was ist da? Ich freue mich so schnell nicht lesen. Kannst du meine Level auch mal zeigen? Na, macht er bestimmt. Oh! Ei! Du Spaß! Nein! Jetzt wird die Hälfte geschafft. Und dann wird die Blume hier. Na komm. Mal runter. Na. 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 Okay. Zack. Oh nein, das war natürlich dumm von mir. Hab auch noch gesehen, dass der kommt. Oh. Oh. Oh nein! Ich war kurz vor diesem scheiß Schloss, oder? Ah, mir ist vielleicht zu gierig gewesen. Mal schon einen Moment warten. Warte? Oh. Voll knapp hier. Zack. Oh nein! Hab ich mich noch getroffen? Einen Scheiß. So. Kurz hier warten. Wollen wir alles wegbomben da? Mir auch egal. Oh nein! Hab ich mich noch getroffen? Komm. Ich muss noch eine Bombe weg. Alter. Ich bin zu groß dafür. Hm. Oh. 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 Ich weiß auch, dass das nicht geht. Ich weiß auch, dass das nicht geht. Ich weiß auch, dass das nicht geht. Kann ich sein. Mother, father, I've done so things in my life of... Oh. Oh. Ah, diese Sau! Ach so, ich muss das Ding umhauen, ne? Doch. Oh. 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 Das ist so gut. Hahaha. Danke, Marcus. Hat mich gut unterhalten. ok nicht schlecht nicht schlecht kann ich eine youtube auch so dass ich dann sagen kann okay dann krieg ich da noch mehr von ihm gegeneinander autoscrolling so mal galaxy schießt er sehr kurz noch so simon ok er ist ein kleinerer versuch was kommt hier ein rätsel dachs lights spektakel drei sekunden julian ok wenn wir mal ran machen ja der julian da hat eigentlich ganz klein zwei ganz coole level so gemacht aber schon mal ein zwei andere von ihm gespielt muss sagen er ist ganz gut dabei mit seinen levels hier das leiden sollen ok slide das ist ein bisschen nervig die ganzen kommentare da mal auftauchen muss ja mal ausstellen das nervt so ein bisschen das war wirklich gar nicht so schwer eigentlich aber es war eine schlechte zeit meine zeit da war das gar nicht so schlecht mein zeit oder ein neues level auch kommt da schaffen wir noch eins oder ja schon noch eins so rafl er 6 mal hier hatten wir schon mal her die war auch ganz gut aber schwingen muss manche klassisch eis cycle crash ist auch wir gehen mal hier rein aufsuchen und wir machen mal spielthema das ist egal und geben uns auch egal aber spielt jetzt auch egal machen wir hier was auf ich immer wo autos wollen lassen wir an jetzt noch mal aus dass sie noch aus sie deutschland ausgabe sind noch in deutschland aber auch schon garten ist es geil das machen wir mal alter wie viel da war nicht wieder ist gemacht oder abschlussrate 0,41 prozent hat das wahrscheinlich knüppel hart gemacht gucken wir das gleichgewicht das balance deinem spiel ist mal sehen ok gerade gecheckt dass ich einfach hätte nicht darauf ok alter schwede das geht nicht muss das dinge drücken damit er da oben ok ok wo sie noch mal hoch alter was hat er denn da gebaut bisher ist da oben schon gestorben ich muss doch auf die drauf bleiben bestimmt ne und dann da oben gegen hüpfen genau pass auf machen wir nochmal nein verdammte axt wie oft werde ich hier in diesem level sterben was gibt es doch gar nicht verarscht er mich oh ich muss da oben drauf landen oh schon wieder das gibt es doch gar nicht alter der typ ist da knüppel schwer gemacht glaube ich ach guck mal oh da muss ich von unten hoch springen alter schwede ist das dein ernst ich hab fast ja partner taktik hier oh da muss man auf alles achten das ding muss man auswendig lernen jetzt wird das jetzt oh oh das muss man echt auswendig lernen was willst du denn sonst schaffen hat ja auch nichts mehr mit hat ja auch wirklich nichts mit können zu tun also schon ein bisschen aber mehr mit mit try and error try and error oder bis du denn ein enges level beinerlicht hast oh 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 das timing muss echt sitzen hier Ich weiß gar nicht, wie es da weiter geht. Ich blick da gar nicht durch, was er alles gebaut hat. Nein! Das ist schon hart. Alter Schwede! Oh, Schwede! Das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Das ist verrückt, crazy ist es. Ey, verdammte Axt, ey. Oh, jetzt knall ich gegen sie sch-kack. Pflanzelei. Oh, Alter, Leute! Diese X, diese ganzen Xs sind nicht umsonst da, ne? Alter! Ja, wie heißt der Typ, der das Löffel gemacht hat, den haue ich auf die Fresse in der Straße treffe. Den haue ich nicht nur einmal in die Fresse. Der kriegt ein ganzes Brett in die Fresse, echt. Okay. Oh, Alter. Fuck! Ich komme nicht mal über die ersten zwei Sekunden drüber her. Oh, der muss gleich nach rechts. Das ist doch echt unmöglich. Ach, gleich weiterhüpfen nach rechts. Oh, okay. Nein, doch. Nein. Hä, wie soll man das dann schaffen? Geht er unten runter und dann? Nein. Ich muss gleich mal gucken, wie es geht. Ich weiß nicht. Oh. Alter. Ich probiere es nur noch zehnmal. Oh, nee. Keine Ahnung, wie das klappen soll. Das Problem ist ja, dass der Heini das Level ja auch selber fertig machen muss. Das kann er jetzt ja nicht hochladen. Das muss ja spielbar sein. Aber er muss es ja sowas von auswendig können. Jips. Ich weiß nicht, was die Leute anspornen, Levels zu machen, die wirklich so ultra hart sind, aber vielleicht ist es auch einfach, dass ich einfach nicht dafür gemacht bin. Keine Tür ausüben. Oh. Boah, Mann, ey. Ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal. Ich werde dich haben, der Sauer. Ich schmeißt das. Na, mein Joypad nicht, aber ich würde irgendwo irgendwas anderes hier. Oh, Alter. Leute. Guck dir das an. Guck dir das an. Nein. nicht weit gibt es nicht das gibt es auch nicht ich komme nicht mal da rüber ich komme nicht mal da rüber leute alter man arscht er mich Das ist ja nicht normal. Fick Pisse, ey. Okay, gleich werde ich richtig sauer. Oh, wieso komme ich denn nicht da drüber, Alter? Das ist ja nicht normal. So, ist auch noch runtergefallen. Alter, da war das Let's Play-Marcus-Ding aber echt ein Pille-Palle gegen, ne? Es ist doch überhaupt keine Herausforderung gewesen, die anderen Levels bis jetzt. Das hier ist einfach mal... Oh, Mann. Das kann ich nicht schaffen. Puh, ich gehe hier raus. Ich werde es wahnsinnig sonst. Okay, komm. Besuchen wir mal ein nettes, normales Level vielleicht nochmal aus. Ihr Desert Dash gegen die Zeit, 20 Sekunden. So schnell es geht. Alter Schwede, Leute. Das wusste dann ja richtig. Ach, okay, okay, okay. Jetzt weiß ich, okay. Los. Oh. Oh, nein. Ich habe noch eine Sekunde Zeit gehabt, ne? Ich bin so langsam. So langsam bin ich. Ich werde nochmal schneller. Oh, Mann. Nein. Schon wieder. Komm, komm, wir schaffen jetzt. Oh, okay. Ich muss das Ding auch anders treffen. Guck mal, wie viele hier runterfallen. Alter Schwede. Hier fallen ganz viele runter. Los geht's nochmal. Nein. Der muss ja treffen. Dann den. Alter. Das ist schaffbar? Nochmal. Nein. Ach, Mann. Was soll ich nochmal machen? Nein. Ja, ich finde es toll, aber... Soll ich Neustadt machen? Scheiße. Nochmal. Yes. Nein. Warum springe ich? Warum springe ich? Spring erst später. Spring doch erst später, du Spann. Nochmal. Oh. Oh. Nein. Schon wieder. Ich springe da jedes Mal. Ich springe da jedes Mal. Warum? Dumm. Nochmal. Oh. 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 Nein. Schon wieder. Nein. Zu früh. Zu früh. Zu früh. Na. Weiß ich. Ich schaff's von der Zeit her wahrscheinlich nicht mehr. Ich will einmal gucken. Oh. 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 Und. Das ist machbar? Hm. Irgendwie... Oh. Dann muss man viel springen, damit man da возможn, okay. Verstanden. Nein, zu früh. Okay, okay. Nein. Für den Baxx. Nein, schon wieder. Ich springe immer zu früh da. Ich springe immer zu früh. Warum? Da brauchen wir noch gar nicht. Ich mach's. So, Dash und Lauf. Was mach ich denn da? Oh, ich springe. Na klar, das schaffen wir in so einer kurzen Zeit. Na ja, anscheinend ja schon. Nochmal. Da muss man ja richtig schnell sein. Neustadt? Das ist echt kacke da. Jekke ist wirklich scheiße. Ich hab echt das... Ich hab das Ding da oben nicht getroffen. Ich hab das Ding da oben nicht getroffen. Scheiße, nochmal. Nein. Das ist, weil der anhält. Da muss... Okay. Ich muss das irgendwie anders timen. So auf jeden Fall nicht. So auf jeden Fall nicht. Nochmal. Nein, das ist so blöde. Weil der kommt so spät da, der Dings. Der muss ein bisschen laufen erstmal. Warte mal. Ich kann das mal anders. Pfff. Aber ich glaube, ich darf nicht gleich springen da unten. Ich muss das irgendwie anders machen. Warte mal. Oh shit. Na gut. Können wir trotzdem mal da hinkommen nochmal. Oh. Aber das ist, glaube ich, besser so, wie ich das gerade vorgibt hab. Nur muss ich natürlich ein bisschen schneller sein noch. Ein, zwei Sekunden laufen und dann nicht mehr. Oh man, schon wieder dagegen. Das kostet wertvolle Zeitchen, ne? Oh, wie ist das? Äh, wie ist das denn? Zeitabgelaufen. Scheiße. Guck mal, da war ich da hängen geblieben, ne? Nein, man darf doch nicht hängen bleiben in dieser Ecke da. Ah, ätzend. Ätzend. Aber wir schaffen es jetzt. Pass auf. Yes. Halt aber genau bei Null. Genau bei Null. Sehr gut, sehr gut. Da guckst du was, da guckst du was. Spaß. So. Oh. Einmal zu spät abgeschwungen, hab ich gemerkt. Zack, das kriegst du von mir. Und? Und du kriegst von mir. Warte mal. Pass auf. Zack. 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 Auch, das sieht nicht ganz aus wie Augen, ne? Ja. Ich weiß nicht, was ich da mal. Komm ja, jetzt noch eine orange Nase. So. Und dann, da lasse ich noch ein schön Schmater montieren. das bild abschluss zeigen posten so ja cool ja danke leute fürs zuschauen das ist aber so eine deutsche version nicht wenn euch gefallen hat mache ich noch ein paar mehr davon vielleicht sogar im stream mal wäre auch nicht ganz nett ja ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen sommer und wir sehen uns nach der sommerpause die endet bei mir sozusagen ender ende juli anfang august wieder boine ist dann tschüss